Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Pokémon Purpur und heute geht's, was macht der da? Heute geht's um die stärksten Pokémon aus der Paldea Region, exklusive Paldea Region Pokémon. Also ich rede jetzt hier nicht über sowas wie Mautzing an Dragoan oder sowas, sondern es geht wirklich nur um die exklusiven Paldea Pokémon. Und hier seht ihr schon meinen Epitaph. Shiny Epitaph übrigens, da hab ich richtig geschwitzt für. Und damit können wir eigentlich auch direkt mal anfangen. Epitaph, extrem, extrem starkes Pokémon, extrem gute Entwicklung dazugekommen von Razav mit Zornes Faust, da geh ich gleich noch auf einen. Extrem kranke Attacke, extrem gute Fähigkeiten. Ich hab hier Siegeswille drauf, dass das Angriff erhöht, wenn euer Status mal gesenkt wird. Sehr, sehr nice. Gespielt wird der auf Angriff, also normalen Angriff, kein Spezialangriff. Und ich hab hier, weil ich 6 Star Raids mache, Angriff und KP hochgemacht. Ihr könnt aber auch Angriff hochmachen und Init und dann eventuell auch nicht ein hartes Wesen nehmen, sondern vielleicht ein Wesen mit Init hoch. Aber ich spiel's jetzt hier so für die 6 Star Raids. Und jetzt kommen wir einmal zur Zornes Faust, weil die ist ultra krass. Jedes Mal, wenn ihr getroffen werdet, erhöht sich die Stärke um 50. Und ich hab damit schon den ein oder anderen 6 Star Raid gemacht. Und wenn ihr 6, 7 Mal getroffen wurdet, dann macht ihr einen Base Damage von über 300. Und das haut richtig rein. Wenn ihr dann noch den richtigen Terror Typen habt, Geist, und noch den Energiefokus vorher drückt und dann Volltreffer landet, haut das richtig, richtig krass Schaden rein. Und dann meine Ubleithiep-Taktik mit Metronom, die kennt ihr ja schon. Drauf noch Kreideschreie und Energiefokus. Das ist hier ein Setup für 6 Sterne Raids. Ich denke, Competitive würde man ihn anders spielen. Aber so ist das Setup für 6 Sterne Raids. Falls ihr das nachmachen wollt, Mankey findet ihr überall auf der Welt. Ich hab entweder Metronom drauf oder Muschelglocke. Je nachdem, was für ein Raid es ist. Und ja, so viel zu Epitaph. Das nächste Poké, was ich euch zeigen will, ist der Riesenzahn. Eine Paradoxform von Donphan aus Pokémon Karmazin. Die Vergangenheitsform. Und der ist einfach extrem, extrem stark im Angriff. Wenn ihr euch mal seine Stats anguckt, Angriff auf 400, KP auf 400 und Verteidigung auf 300. Richtig tanky. Und dazu noch 210 Init. Und ich hab nicht mal auf Init trainiert, weil man hier schaut. Ich hab Angriff und KP hochgemacht. Also ein extrem starkes Pokémon. Ist hier auch gar nicht ausgelegt für 6 Sterne Raids. Da wäre es wahrscheinlich nicht so gut. Aber Competitive sieht man das schon einige Male. Und wenn man sich hier die Attacken anguckt, die es kann. Erdbeben. Eine komplett neue Attacke, die dazu gekommen ist mit Schmetterrammel. Die das gleiche ist wie Nahkampf, nur für Boden. Extrem krass. 120 Base Damage. Stärker als Erdbeben damit. Verringert aber eure Death und eure Spezialverteidigung. So wie Nahkampf auch. Typ Kampfboden. Extrem gute Typenkombination. Allgemein einfach ein extrem starkes Pokémon. Was extrem stark reinhaut. Mit der Fähigkeit Paleo-Synthese. Wenn ihr da nochmal im Raid zum Beispiel ein Koriner dabei habt. Oder die Energiekapsel drauf habt. Wird euer höchster Wert sogar nochmal gestärkt. Ein extrem starkes Pokémon. Balki as fuck. Und ja. Sollte auf jeden Fall in die Liste der besten Paleo-Pokémon. Kommen wir als nächstes zu meinem absoluten Lieblings-Pokémon. aus Pokémon Karmisien und Pokémon Popor. Und das ist der Eisenkrieger. Also der sieht schon ohne Shiny geil aus. Aber in Shiny fühle ich den einfach so extrem. Und es ist so ein geiles Pokémon. Wenn man sich alleine die Typenkombination anguckt. Und Fee, was schon ein extrem starker Typ ist. Und dann auch noch Kampf dazu. Was auch ein extrem starker Typ ist. Das habe ich im letzten Video schon mal ein bisschen angesprochen. Kampf sehr effektiv gegen fünf Typen oder so. Also eine sehr, sehr geile Typenkombination. Dazu extrem hoher Damage Output. Ihr könnt ihn auf Spezialangriff spielen. Oder auf normalen Angriff. Ich habe ihn hier auf Normalangriff und KP hochgemacht. Wieder ein 6-Star-Rate-Pokémon. Ich spiele im Prinzip nur Schwertanz und Uplight-Typ drauf. Also Reflektor und Laubklinge. Bisher glaube ich höchstens einmal benutzt. Kann aber ex. Also wenn ihr euch den Movepool anguckt. Der kann fast jede Attacke erlernen. Es ist unglaublich, wie viele Attacken der kann. Und was für extrem viele. Typen er auch abdeckt. Von Unlicht, Psycho, Fee, Kampf. Ist alles dabei. Zornklinge sehe ich hier auch gerade. Man könnte hier sogar auf Zornklinge spielen. Ich glaube die bringe ich auch mal bei. Das kann nämlich auch extrem witzig sein. Mit einer Muschelglocke drauf. Also ein sehr abwechslungsreiches Pokémon. Sieht extrem geil aus. Und darf auf gar keinen Fall auf der Liste der besten und stärksten Paldea-Pokémon fehlen. Meiner Meinung nach. Kommen wir als nächstes zu einem Pokémon. Was eventuell demnächst gebannt werden könnte im Competitive-Bereich. Und das ist Flutterhaar. Die Paradox-Form von Traumfugiel aus Pokémon Karmesien. Wegen den extrem hohen Base-Stats. Könnte es sein, dass das Pokémon demnächst gebannt wird. Deswegen tobt euch noch ein bisschen damit aus im Competitive-Bereich. Weil es könnte bald vorbei sein. Und wenn ihr euch mal die Stats anschaut. Der Spezialangriff auf über 400. Ich habe aktuell nur den Spezialangriff hoch. Dazu noch die Spezialverteidigung hoch. Dann kommt ihr auch auf fast 400. Also komplett tanky und komplett hoher Angriff. Dazu über 300 Base-Init. Extrem, extrem, extrem stark von den Paradox-Formen. Großer Movepool von Feuer, Psycho, Fee und Unlicht. Kann sogar mal Konfu-Strahl. Sehr gutes Competitive-Movepool. Ein extrem starkes Pokémon. Und ja, was soll ich euch dazu sagen? Ihr habt die Stats gesehen. Es ist einfach broken as fuck. Ich denke, als nächstes ist es Zeit für das stärkste Pseudo-Legendäre Pokémon in ganz Pokémon-History. Und zwar Mone-Tigo. Das ist wahrscheinlich das stärkste Pokémon, abgesehen von Legis, das es aktuell gibt. Ich glaube nicht nur sogar in Karmicin und Pupu, sondern overall in jedem Pokémon. Es hat die Fähigkeit Goldkörper. Damit könnt ihr nicht von Status-Attacken getroffen werden. Das heißt, nie wieder schlafen, Feuer oder Paralyse. Kein Gefrieren, kein gar nichts. Mit Ränkeschmied und Metall-Sound könnt ihr ihren Spezialangriff boosten. Es hat sowieso schon Base-Spezialangriff von 400. Und KP habe ich hier auf 375. Wahrscheinlich würde es mal Competitive auf In-It spielen. Die Typenkombination mit Stahl und Geist hat nur 4 Schwächen. Sonst sehr viele Typen, die nicht sehr effektiv dagegen treffen. Mit Goldrausch eine extrem starke Stahl-Attacke dazugekommen. Wenn wir uns das mal angucken, 120 Base-Damage. Und der einzige negative Aspekt ist, dass Spezialangriff um eine Stufe gesenkt wird. Wenn ihr das Pokémon one-hittet, ist es sowieso so egal, ob ihr dann Spezialangriff ein oder runter geht. Es hat Genesung. Es ist ein overall richtig, richtig krasses Pokémon mit Stahl- und Geist-Attacken. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr das Pokémon bekommt und wie ihr es entwickelt, dann checkt mal mein anderes Video ab. Habe ich hier oben verlinkt. Da zeige ich euch, wie ihr Monatigo entwickelt. Okay Leute, ich habe mir die besten beiden für den Schluss aufgehoben. Wir haben zum einen Mopex. Ich glaube, mit dem hätte niemand auf der Liste gerechnet. Aber ich habe mich mit einem Competitive-Spieler ausgetauscht. Und Mopex wird tatsächlich extrem, extrem häufig in Online-Battles benutzt. Aus zwei Gründen. Erstens die Fähigkeit. Und zweitens eine ganz bestimmte Attacke. Und zwar rede ich hier von der Attacke. Gucken wir mal, ob er sie schon kann. Kann er noch nicht. Von der Attacke Schwanzwurf. Schwanzabwurf. Ich habe ihm die mal eben beigebracht, damit ihr das seht. Schwanzabwurf ist im Prinzip genauso wie Staffette. Nur, dass es zusätzlich noch ein Delegator ist. Und ihr müsst euch vorstellen, es wird ein Delegator geworfen. Dann könnt ihr das Pokémon auswechseln. Ein anderes reinschicken. Und das hat sofort ein Delegator. Übertrieben, übertrieben krass. Und jetzt kommt das krasseste. Das Pokémon kann als Fähigkeit Belebekraft haben. Und Belebekraft bewirkt, dass ihr euch, wenn das Pokémon ausgewechselt wird, heilt. Das heißt, ihr macht Schwanzabwurf, kriegt einen Free Delegator, heilt euch wieder hoch. Und das neue Pokémon hat einen Delegator und Mopex ist einfach full life. Das ist so eine krasse Kombination und Mopex ist auch das einzige Pokémon, ein komplett Pokémon, was Schwanzabwurf kann. Extrem, extrem krass. So Leute, kommen wir zum letzten Pokémon. Und das ist mit Abstand, mit weitem Abstand, das stärkste Pokémon in Pokémon Kamsin und Purpur. Der Delphinator. Und zwar die Super Sergent Form, so wie ich ihn nenne. Den kriegt ihr, indem ihr euer Normaphien weiterentwickelt. Das macht ihr, indem ihr zusammen in einer Welt seid, beide Normaphien rausholt, ein Level abmacht. Und dann kriegt ihr die Weiterentwicklung von Normaphien, Delphinator. Und diese Super Form hier ist der Super Wechsel. Und die kriegt ihr, wenn ihr euer Pokémon austauscht, also den Delphinator austauscht und dann wieder einwechselt. Und dann kriegt ihr diese Form hier. Und ich blende euch mal eben die Base Stats ein vom Delphinator in der Super Form. Die sind nämlich einfach geistesgestört hoch. Die Gesamtpunkte sind 650, 160 Angriff, also auf einem Niveau von einem Mega-Pokémon. 100 Init, über 100 Spezialangriff, 100 Verteidigung und 100 KP. Extrem, extrem brokenes Pokémon. Wenn ihr die PS auf die Straße bekommt mit einem Auswechseln und Einwechsel, könnt ihr damit ein ganzes Team speeden. Bin ich mir ganz, ganz sicher. Lasst mich doch gerne mal wissen, was ihr denkt, was auch mit auf diese Liste sollte. Was die stärksten Paldea-Pokémon sind. Paldea-Exklusives. Also nicht irgendwelche Pokémon, die es vielleicht früher schon mal gab, sondern wirklich nur Pokémon, die in dieser Edition neu dazugekommen sind und die ich eventuell auf die Liste mit draufnehmen sollte. Wenn ihr die stärksten Attacken nicht verpassen wollt, dann solltet ihr jetzt ein Follow da lassen. Weil morgen kommt das Video über die allerstärksten Attacken im Video, äh, im Video. Die allerstärksten Attacken im Pokémon Kamsin und Purpur. Unter anderem natürlich Zornesfaust auf der Liste, aber auch Attacken, die ihr vielleicht jetzt noch nicht kennt. Und, äh, ich gebe euch einen kleinen Hinweis. Ähm, es hat eventuell was mit einer kleinen Maus zu tun. Also, wenn ihr da nichts verpassen wollt, gerne Kanal abonnieren, Like auf die Video lassen und bis zum nächsten Mal. Haut rein.